So, Kinder, Dr. Stumpfegger hat euch die Medizin gebracht, von der ich euch erzählt habe. Sie ist zwar ein bisschen bitter, aber dafür hilft sie auch. Jeder einen Schluck. Wer ist der Erste? Heide, du bist doch immer so tapfer. Einen schönen großen Schluck. Noch ein bisschen. Siehst du, war gar nicht so schlimm. Ich bin Müllege. Du hast ein bisschen mit seinen Schenken. Ich gehe das, dass sie so rumhalten. Ich gehe nicht weiter aus. Es geht nicht mehr. Ich bin ein bisschen敢. Ich gehe nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich gehe nicht mehr. Ich gehe nicht mehr. Ich gehe nicht mehr. Aber das wird ihn nicht mehr. Das war's für heute. Stasi! Wo bleibt der Stasi? Entgegeschütze ausgefallen! Ersatz! Ersatz! Wo kommen Sie denn her? Volkssturm! Heute Nachmittag zugeteilt! Was? Die sollen raus da aus der Schusslinie! Helden! Sturmhahn Krüger hat mit seiner Gruppe die Molten-Bürbüten verteidigt. Er hält dafür das Eisernen Kreuz zweiter Klasse. Sturmhahn Wagner hat zwei MG-Nests daraus gehoben und den Durchbruch in der Pütkaner Straße verhindert. Er hält dafür das Eisernen Kreuz zweiter Klasse. Sturmhahn Rauch hat füchtige Meldungen durch die feindlichen Linien gebracht. Er hält dafür das Eisernen Kreuz zweiter Klasse. Er hält dafür das Eisernen Kreuz! No! No! Er hält! Er hält! Er hält! Er hält! In den Schusslinien! Lauf! 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 Hier, schnell! Wir kennen den Weg durch die Ruine. Sie können uns vertrauen. Schnell! Regalführer, der Volkssturm unterliegt dem direkten Befehl von Dr. Goebbels! Pass doch mal! Ich sehe sofort, dass sie da rauskommen! Das ist doch Wahnsinn! Ich kläre das! Da kommen die anderen! Was hast du denn jetzt? Ja! 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 Ich weiß es auch nicht. Halt, wer da? Ein deutscher. Herr Hevel? Hevel! Gott sei Dank, Sie leben. Wo sind denn die anderen? Ich weiß nicht, Frau Junge, irgendwo, vielleicht. Die meisten aus meiner Gruppe sind sicher tot. Ich hätte niemals den Bunker verlassen dürfen. Ich hätte mich längst erschießen sollen. Aber ich konnte nicht. Jetzt essen Sie erst mal was. Zum Sterben ist immer noch Zeit.